Junge Menschen haben oft eine prophetische Kraft. 2006 wurde ein 15-Jähriger abberufen von Gott. Vor drei Jahren hat ihn unser Papst Franziskus selig gesprochen und dadurch bekannt gemacht für die ganze Welt. Vielleicht haben Sie schon von ihm gehört. Carlo Acutis. Er hat Sätze gesagt, die vielleicht mancher Bischof und Priester nicht wiederholt hätte. Wenn er gesagt hat, die Eucharistie ist die Autobahn zum Himmel. Und er hat online, weil er ein Informatikgenie war, eine Zusammenstellung der eucharistischen Wunder uns gegeben, die man auch heute noch einsehen kann, die wirklich fasziniert, weil er verliebt war in die Eucharistie. Er hat als 14-Jähriger und 15-Jähriger jeden Tag die Heilige Messe besucht und hat gelebt, dass er ohne die Eucharistie eben nicht leben kann. Und als er ganz plötzlich an einer aggressiven Form der Leukämie erkrankte und innerhalb von ungefähr zehn Tagen starb, nahm er sein Sterben an, ohne Wenn und Aber. Und hat dann ein Wort verwendet, was wir heute schon als total veraltert anschauen und nicht begreifen könnten, nämlich er hat es aufgeopfert für den Papst, für die Kirche. Und um seine Eltern, die lange nicht so religiös waren, sondern eigentlich vielmehr entfernt waren und die er fast in die Kirche hinein zog, im Urlaub oder an die Wallfahrtsorte oder an die Orte, wo eucharistische Wunder geschehen sind, seine Eltern hat er getröstet mit den Worten Ich werde nicht sterben, sondern leben. Liebe Schwestern und Brüder, auf einmal wird dieses Evangelium, das wir heute gehört haben, ganz lebendig. Wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Das Brot, das ich gebe, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sagten, wie kann uns dieser sein Fleisch zu essen geben? Dieser Streit hat auch unter uns Christen noch nicht aufgehört. Zu einem Priester kam einmal einer, der sich über den Glauben lustig machen wollte, über den eucharistischen Glauben, und fragte, wie kann es möglich sein, dass aus Brot und Wein Fleisch und Blut Christi werden? Und der Priester versuchte zu antworten, warum, wenn schon dein Körper die Nahrung, die du zu dir nimmst, in Fleisch und Blut umsetzen kann und verwandeln kann, warum soll Gott nicht das andere vermögen? Aber der Fragende gab sich nicht geschlagen. Und dann sagte er, wie kann denn einer so, wie kann denn in einer so kleinen Hostie der ganze Christus sein? Und darauf die Antwort, eine Landschaft, die vor dir liegt, groß und weit. Sie wird erfasst von deinem kleinen Auge. Und obwohl das Bild so groß ist, hat es Platz in deinem Auge. Und dann eine dritte Frage, wie kann derselbe Christus gleichzeitig in allen Kirchen auf der ganzen Welt zugegen sein? Und dann gab ihm der Priester die Möglichkeit, in einen Spiegel zu schauen. und dann warf er den Spiegel zu Boden und sagte, auch in jeder Scherbe, in jedem kleinen Stückchen von diesem Spiegel siehst du dein ganzes Bild. immer wieder fällt es schwer, liebe Schwestern und Brüder, an ein so großes Geheimnis zu glauben, wo man nur niederkniehen kann und anbeten kann. Verstandesmenschen können vielleicht ein solches Geheimnis nicht erfassen, wenn sie ihren Verstand nicht vom Glauben durchdringen und erleuchten lassen. Und so wundern wir uns nicht, wenn auch heute Menschen vielleicht murren. Aber Jesus sagt nicht bei seinen damaligen Zuhörern im Evangelium, wie es vielleicht manche Politiker heute machen würden, ach, ihr habt mich nur falsch verstanden, ihr müsst das anders verstehen, nur symbolisch. Nein, er sagt das nicht. Sondern er wiederholt. Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise und mein Blut ist wahrhaft ein Drang. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Eines der faszinierendsten eucharistischen Wunder, die auch Carlo Acutis in seiner Ausstellung uns zeigt, ist das von Lanschano in den Abruzzen. Vielleicht waren sie schon einmal dort, ein kleines Städtchen in der Nähe der Adria. Vor wenigen Jahren war ich mit dem Pater Karl dort. Und man kann dort in einer Entfernung zu diesem Wunder hingehen, wie ich jetzt entfernt bin vom Pult. Man kann es genau anschauen. Es ist ein Wunder aus dem 8. Jahrhundert. Als ein Basilianer Mönch auf einmal bei der Wandlung Zweifel hatte, hat sich auf einmal der Wein verwandelt in Blut und die Hostie in Fleisch. Beides ist noch zu sehen. Ohne Konservierungsstoff. Auch das ist schon ein Wunder. Paul VI. hat zusammen mit dem Bischof von Lanschano 1970 dieses Wunder medizinisch untersuchen lassen. Und ein Jahr später präsentierte Professor Dr. Eduardo Linoboli eine detailreiche Studie mit dem Ergebnis und Sie können das genau nachlesen und auch sich genau anschauen. Mikroskopisch genau. Das Fleisch, das dort zu sehen ist, ist Herzmuskelgewebe. Das Blut ist wahrhaftiges Blut von einem Menschen mit der Blutgruppe AB. Typisch für Menschen im Mittleren Osten. Das Blut ist, weil man noch das Eiweiß wahrnehmen kann, zeugt von frischem Blut. Und die histologische Untersuchung zeigt, dass die Reliquie keine Konservierungsstoffe in sich hat. Dieses Ergebnis weckte dann großes wissenschaftliches Interesse und wurde 1973 noch einmal untersucht. Und nach 15 Monaten und 500 Experimenten bestätigte man die früheren Untersuchungen, dass also keine Mumifizierung am Gewebe vorgenommen worden war. Es handelt sich um lebendes oder lebendiges Gewebe, welches klinisch reagiert. das bedeutet, Fleisch und Blut sind so, als hätte man sie heute von einem lebenden Menschen genommen. Liebe Schwestern und Brüder, das kann man nicht erklären. Aber es zeigt unseren tiefen Glauben, dass auch die Welt staunt. Denn 1976 wurde dieses Ergebnis in New York und in Genf veröffentlicht. Wissenschaftler mussten bestätigen, medizinisch nicht erklärbar. Gott ist gegenwärtig. Auch wenn sich bei uns nicht ein spektakuläres Wunder ereignet, wenn wir den Herrn empfangen, so ist er dennoch ganz gegenwärtig mit Fleisch und Blut, mit Gottheit und Menschheit, wie wir bezeugen. Jesus, den verborgen, jetzt mein Auge sieht, stille mein Verlangen, das mich heiß durchglüht, dass die Schleier fallen einst in deinem Licht, dass ich selig schaue, Herr, dein Angesicht. Amen.